Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Episode haben wir ja hier dieses Schiff überlebt und wir haben neue Fähigkeiten. Und hier vor uns haben wir ja einen neuen Bereich, den wir ja noch nicht erkundet haben. Einerseits gilt diese Kammer, also ich glaube zumindest, dass es eine Kammer und da vorne hat es noch ein paar Sachen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal runter und dann scheiße ich, dass ich mal hier hinkomme. Nein, ah, fuck. Ja, das überlebe ich nicht. Scheiße. Oh, das ist ja traurig. Okay, nochmal. Ja, okay. Komm ich da eigentlich irgendwie anders dahin? Nee, ne, ich muss hier doch so rüberspringen. Hm, 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 hm. Eine Frage des Timings. Yes. Hat funktioniert. Okay, schneller laufen, schneller laufen. Komm, 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 komm. Komm jetzt. Yes. Sehr gut. Wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Okay. Ja, ist wirklich so eine Kammer. Und zusammen. Okay, was zum... Ach, grum, so eine Kammer haben wir doch schon gesehen. Ah, da sollte vielleicht mal jemand zusammen machen hier. Glaubt nicht mehr so gut aus. Okay. Willkommen, Jedi. Still zu sein bedeutet, ruhig zu sein. Der Weisheit beim Aufblühen zu helfen. Jedoch ist die Galaxis selten statisch. Bewegung jedoch kann für Klarheit sorgen. Lass die Wahrheit wie einen Fluss wiesen und neue Wege um jedes Hindernis herum schaffen. Okay. Ähm... Einmal da rein. Okay, und dich kann ich nicht drehen. Du gehst nur hier hin. Hm. So, BD. Machen wir mal... ...die Aktion. Wie war das? Geht das noch rüber? Drückst du nicht weiter? Ah, jetzt. Ne? Perfekt. Aber... Ah. Hier hinten ist ein Geheimraum. Was bringt mir das? Okay. Tür? Ich komme nicht durch. Ist von der anderen Seite verschlossen. Ist natürlich klar. Hm. Ist jetzt aber sehr dämlich, dass ich hier nichts platzieren kann. So geht's auch nicht. Ins Wasser geht's ja vermutlich auch nicht, oder? Ah, doch. Ne. Wie... ...komm ich da noch hinten, dass du das wegmachst? Hm. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Aber wieso geht das denn da nicht? Aufgehen kann ich auch nicht? Ach, Mann. Über die Decke, glaube ich, wäre zu weit. Und das da... Da ist eine Kiste hier drin. Da komme ich auch nicht drüber. Schade. Da muss doch noch hier irgendwie was versteckt sein, was ich übersehen habe. Komme ich da rauf? Oh, ja. Oh, was bist du? Nice. Ah. I see. Okay. Okay. Aha. Okay. Ich glaube, ich muss die Dinger hier einsprühen. Moment mal. Machen wir das mal. Und dann hier so. Okay. Und... Die fahren da so rüber. Die jetzt noch irgendwie einsprühen. Damit es dann da hingeht. Habe ich jetzt überall getroffen? Ich glaube, ja. Ich bin gefährlich gleich. Oh, no. Das hält ja gar nicht. Oder zumindest nicht so lange. Oh, scheiße. Dreck. Ähm. Oder runter. Nein, da hinten fehlt was. Okay. Da ist einer rüber. Halt. Ne. 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 Komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Hat das jetzt gereicht? Komm, 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 komm. Löst das ab. Ey, warum löst sich das nicht komplett? Ey, warum löst sich das nicht komplett? Ist das nicht die way to go? Ach so. Na gut, das glaube ich, hat schon so gereicht. Ähm. Dann einmal hier rüber. Okay. Einmal hochjumpen. ganz viel nichts. Ist auch alles dicht. Und da muss ich vermutlich durch. Hm. Wie kriege ich dann das hier rüber? Ah, warte mal. Ja, ist doch was. Okay, jetzt ist es hier offen. Da kann ich dann vermutlich rüber gehen. Oder? Google, komm mal her. Google. Komm mit dir. Ja. Ja. Ja, du machst mir den Pfarrer. Kann ich auf dem das Zeug drauf machen? Na. Oder doch? Das muss ich was drauf. Kompliziert, aber das wird gehen. Das heißt... Moment. Also, geht das wirklich? Ja, okay. Gut. Dann weiß ich, was der Lösungsansatz ist. Wir müssen das da durchfeuern, dass wir hier raufkommen. Und dann müssen wir irgendwie schnell die Übel wechseln. So, das ist jetzt weg. Nicht schlecht gemacht. Okay, BD. Ähm. Komm mal her damit. Wo reicht's jetzt nicht? Okay. Kommt her. Okay. Komm, 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 komm. Yes. Okay, Google. Ja, 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 ich komme her. Komm da hin. Auf das doch. Yes. Geil. Hab's geschafft. Nice. Gutes Rätsel. Erholung. Neuer Bonus. Cool. Danke, danke, danke. Ja, dann raus her. Cooles Rätsel. Gefällt mir. Ähm, hier. Oh. Ah, Google. Kannst du mal da rein? Ach so, ja, ne. Da hab ich sie ja hergeholt. Ja. Na gut. Dann haben wir wieder aufgeräumt. Und zurück hoch. Ciao. Wunderbar. Äh, so. Mit Kollege Seil. Wieder Retour. Und dann müssen wir nach oben. Dankeschön. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Nice. Äh, da jetzt noch Blüten schaffen. Oh, oh, oh. Komm, 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 komm. Okay. Flugkollege. Zum, komm, komm, wieder zurückfliegen. Und warum will ich euch nach oben haben? Weil, auch noch. Ah, weiß sie. Jees, sehr geil. Was ist das? Nicht sie weg hier. Oh. Was, denn du hier? Oh. Okay. Seht das nur so aus? Oder sind da zwei Big Daddies? Oder ist einer da? Ne, es sind zwei. Tue ich mir das an, dann kriege ich vermutlich noch mal so ein Stimpack. Ich glaube, ich gehe eh drauf. Good door. Hello. Alla. 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 Scheiße. Alla. 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 Weg, 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 weg. Oh, scheiße. Oh. Fuck. Ah, shit. Und ein Respawn. Sind natürlich zwei wieder da, ne? Aber ich glaube, das skippe ich. Ah, ich brauche jetzt unbedingt noch acht Stimms hier. Ja, hat wieder nicht gerecht. Komm, 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 schneller. Sie ist von hier? Ne. Okay. Ab in den Aufzug hier. Es ist ein Wunder, das ist ein Wunder, dass der überhaupt noch funktioniert. So wie der aussieht. War doch ein Secret. Hätte ich da aussteigen können. Ähm. Wo auch immer ich hier bin. Wo auch immer ich hier bin. Ähm. Ich möchte nochmal runterfahren. Okay. Ich will jetzt nochmal sehen, wo man da aussteigen konnte. Ich will nur das Timing nicht verpassen. Fuck. Ich hab's natürlich verpasst. Und bin dabei auch noch drauf gegangen. Aufzug. Hallo, Aufzug. Ne, wo ist er denn? Da kommt er. Mal kurz auf die Karte schauen. Dann. Hä? Sind wir da schon gewesen? Hm. Da ist auf jeden Fall ein Safe Point da hinten. So. Wieder runter. Ich glaube, es ist sicherer, das zu machen, wenn der Lift nach oben fährt. Und dann passe ich das ab. Wenn ich da nach oben schaue. So. Komm mal nach oben. Es war hier. Okay. hat das irgendwas gebracht. Ah, da. Kiste. So. Das Ding ist jetzt einfach nur... Wie komme ich jetzt von hier wieder weg? Weil Aufzug ist jetzt ja weg. Und bei den Teilen kann ich mich ja nicht festhalten. Äh, 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 nicht hier runterfliegen. Oder kann ich dich irgendwie wiederholen? Oder ich sterbe. The way to go. Ja, toll. Er tut mich hier oben wieder respawn. Hm. Bei den Dingern vielleicht irgendwie. Nö. Oh, tschüss. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Da an der Wand vielleicht? Ah, an der Wand. Okay. So. Aufzug mal wiederholen. Nee, Kollege. Wir fliegen heute mal nicht. Ja, da bist du. Sehr gut. Komm. Nach oben. Dankeschön. Ist bestimmt ein tiefgeprüfter Aufzug. Sehr gut. Ich glaube, da geht es weiter. Äh? In den Komplex? Ah. Oh. Das ist das, wo wir ganz am Anfang gewesen sind. Äh, der Fischer-Kollege ist da hinten. So. Ausruhen brauchen wir eigentlich nicht. Sehr gut. Kann losgehen. Hallo. Bin doch. Äh. Liebe Leute, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder bei euch da. Und schon bin ich wieder da. Ich mach mal hier weiter. Ja. Hast du ein bisschen Priorit dabei? Nein, hab ich nicht. Dann bist du nichts. Ich hab ein bisschen was. Hat mich den ganzen Tag gekostet. Darf ich's mir angucken? Okay. Ich hab gelogen. Ich hab nix mehr. Ich bin ein Versager. Oh. Okay. So. Einsammeln. Ja. Feuerananas. Geil. Oh. Was hast du hier drin? Mit deinen Wanderstiefeln. Und antwortet dem alten Skowa. Bin ich ein imposanter Fischer? Bin nicht sicher, was du meinst. Mein Aussehen, Junge. Erwärmt es deine Untiefen? Sprüht es dir Gicht ins Gesicht? Äh. Sag mal mal nett. Du siehst gut aus, Skowa. Hoffentlich sieht der Krauskopf-Molch das auch so, Junge. Ich muss meinen gesamten seemännischen Scharm einsetzen, wenn ich ihn anlocken will. Ja, das ist jetzt nicht sehr tief hier. Okay. Krakenmolch. Alles klar. Scheint, ich wollte zum Mögen. Ei, aber das überrascht mich nicht. Das ist ein großes Talent von mir. Weißt du, der Krauskopf-Molch ist der sinnlichste aller Meeresbewohner. Scheu. Außer beim Anblick potenzieller Partner. Deshalb bin ich heute auch so eitel. Es ist eine Schande, sie so zu täuschen. Aber dafür finden sie in meinem Trank ein ruhiges Zuhause. Für mich klingt das fair. Soll ich jetzt meine Geschichte weitererzählen? Ah, nö. Andermal. So, da hinten gab es doch am Anfang noch irgendwo so ein grünes Ding. Eher genau da. Ich glaube, dann machen wir mal schnell eine... Ach, nö. Und da war ja das mit diesem... Oh, das wir jetzt hier rausziehen können. Okay, dann gehen wir doch einfach mal so hin. Nehmen wir aber die Abkürzung. Und wenn wir schon mal hier sind. So, und hier hoch. Genau, und jetzt können wir das hier rausziehen. Ah, sehr nice. Cool. Hat sich schon gelohnt. So, Kleiner. Also, viel Spaß da mit dem. Oh, was? Ich hab den rekordiert? Okay. Süddele... Süddele... Ähm... Stimmt. Da waren ja wieder Druiden hier. Aber das ist ja keine große Sache. Du wirst uns zu einer besseren Zukunft verhelfen. Ich diene den Badland Raiders. Ich werde dir die Kehle durchschneiden. Willst du noch mehr? Habe Schaden, ey. Wow! Ich werde heute nicht sterben. Oh doch. Und schon ist passiert. Okay, mal schnell hier safe. So, und jetzt sollten wir da eigentlich weiterkommen bei dem Typen hier. Was machst du hier? Ach, die gehe ich mal aus dem Weg. Ja, oder auch nicht. Umsetzt zu mir. Äh, wie geht's da jetzt weiter? Moment, hab ich den Weg hier die ganze Zeit übersehen gehabt? Ja, ja. Habt du mal Spaß. Ähm. Oh. Wo war denn das? Und dich konnte ich ja nicht nutzen, ne? Ja, was du nicht sagst. Ähm. Hm. 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 Gut, dann gehen wir mal nach da links. Äh. Moment. Wir gehen... Äh? Orientierung? Hallo? Was ist hier unten? Hm. Hey, sieht er das an? Und einmal hier drüber laufen. Ja, ja. Du mich auch. Scheiß Vieh. Könnten für den Garten nützlich sein. T Bravo. Guck. Ja. Wow. Nice. Warum geht es denn nicht mehr drauf? Ah, dankeschön. Ja, komm, scann mal. Okay, ja, dann geht es da hinten erstmal nicht weiter. Wir machen mal schnell eine Reise. So, einmal hier rein. Schnell eine Reise, dankeschön. Und zwar... Orientierung, Orientierung. Hier müssen wir hin. Ja, einmal reisen, dankeschön. Fünf, vierzehntel später. Sehr gut. Ähm... Ui, mit dir kann ich quatschen. Sei vorsichtig. Ja, das... Okay. Wohin als nächstes, BD? Ah, dahin. Zum zweiten Mal. Zerstörter Mond wird gemacht. Dankeschön. Sie werden uns erwarten. Carl und ich haben das Luca-Halb überstanden. Dann haben du und ich unterschiedliche Vorstellungen von... Überstanden. Ich frage mich, warum Dagon Ravis geschickt hat, anstatt selbst herzukommen. Und? Wie lange dauert es diesmal? Nein. Leute, Hänger? Wir erreichen gleich unser Ziel. Goldshire-Droiden. Ravis hat wohl mehr Separatisten-Droiden als gedacht. Sieht aus, als hätten sie uns noch nicht entdeckt. Kannst du hier landen? Keine Ahnung. Der Start könnte ziemlich riskant werden und ich will auf keinen Fall auf diesen verfluchten Felsen festsetzen. Eröffne eine neue Kantine da. Franchise. Hey, heb dir die Witze für später auf Jetpack. Ich kann die Mantis verstecken. Soweit ich weiß, hat das Schiff keine Tarnvorrichtung. Was tut sie? Es geht wieder los. Die Vultures sind direkt vor uns. Patrouille. Okay, beeindruckend. Wir lassen dich raus. Viel Glück mit Ravis. Dir auch. Hey, Kleiner. Komm wieder. Jetpack, an die Geschütze. Verstanden. Und ich brauche vielleicht noch Blut von dir. Falls ich müde werde. Ha. Keiner kommt mit mir mit. Wie immer. Findest du? Nee. Okay, es ist genau die gleiche Stelle schon wieder. Ah, und jetzt müssen wir da oben hin. Schnell reisen kann ich jetzt. Kann ich nicht machen, ne? Nein. Komm, auswählen. Ja, gut, dann, äh, gehen wir halt wieder da unten hin. Oder warte mal, was ist schneller? Ich glaube, das da vorne ist schneller. Ah, da haben wir dritten Kollegen. Äh, vor mir dann aufzugucken. Moin. Die Anlage ist aktiv. Wahrscheinlich nichts Gutes. Aufzug? Äh, da ist er ja. Das ist Ravis Schiff. Er will zum Turm. Ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was uns da oben erwarten wird. Alle, wie wollen wir Ravis besiegen, wenn bei ihnen ständig alle Sachen nachwachsen? So, meditieren. Dankeschön. Äh, schnell reise. Nach. Ah, jetzt ist er. Holy shit, wie gross ist denn das? Okay. So, da. Halt. Gleich geht die Party ab. Sö. Komm ich jetzt einfach durchs Tor, oder? Ah, so, jetzt kann ich den hier mal rein. Ja, boinzen. Oh, geil. Oh, fuck. Gut, hätten wir das nicht geliecht. Vielleicht hat Santari den Kompass in dem Turm versteckt. Gibt nur eine Art, wie wir das rausfinden. Oh, ist eine interessante Anlage hier. Ich hab gehört, der Boss im Moment. Oh. Oh. Okay. Also, hier am besten will ich reingehen. Nein, nein, nein. Oh, bitte dich runterbringen. Okay, komm ich da jetzt einfach so rüber. Okay. 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 Geschafft. So, das Ding ist, wenn ich da oben bin, dann nach rechts. Okay, rechts rüber, rechts rüber, rechts rüber, rechts rüber. Okay, sehr gut. Okay. Keine Secrets hier. Okay. Okay, Tor ist offen. Okay. 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 Dankeschön. Oh. Ach, die kommt da nicht schon klar. Und wohin? Ah, das ist jetzt... Okay, alles klar. Sehr gut. Ja, ich mach Volt schon, ne? Nice. Und da vorne ist die nächste Abkürzung. Alla. Nice, ich kann die da reinschmeißen. Ja, komm. Yes. Äh, was ist mit ihm? Oh, gleich drei von denen. Okay. Das ging jetzt schneller, als er wartet. Nein. Hilf mir, bitte. Fuck. Okay, das war ein bisschen zu viel. Da hat das so vielversprechend ausgesehen. Vielleicht bleibe ich einfach hinter dem Strahl. Und Gott sei Dank haben wir die Abkürzung gemacht. Ciao. Ich hab einen besseren Weg. Nice. Dein Eifer ist bewundernswert. Selbst wenn du nicht überlebst, du wirst uns nicht im Weg stehen. Ja, ja. Haha, geil. Das braucht dich teuer zu stehen. Okay. Komm jetzt mal her. Okay. Nice. Nice. Okay. Und jetzt die Liegsten bitte hier rein. Okay, bitte laufst du mal alle da rein. Yes. Ja. Und jetzt. Komm, alle auf einmal. Yes. Danke, dass die KI nicht so schlau ist. Hä? Ach, da oben. So. Mal hier noch. Oh. War ja klar. Noch nicht erledigt. Okay. Vorsicht. Das helft mir. Alla, du Arsch. Okay, das hat jetzt geklappt. Hier mal noch eine Erinnerung. Wie lange hast du geschlafen? Bald wirst du wieder singen. Und wem redest du da? Oh, oder hat er nicht geliebt? Hey, kann ich nicht hören? Ja. Ist das ein Brustkampf hier gleich? Ähm. Das sieht noch fallen lassen aus und dann darüber. Okay, sehr gut. Also hier brauche ich keine Angst haben von dem Strahl, nur von dem Elektrozeugs. Okay. Okay. Nice. Oh, BD. Was haben wir hier? Scheint so, als hätte niemand die Droiden in den Plan eingeweiht. Äh. Das wäre so ein Teil, wo es nach unten geht, wenn das Ding aktiv ist. Bisschen hoch? Okay. Das war doch nicht so gesund. Achso, ich muss da nach rechts. Okay. Okay. Nächste Sequenz abwarten. Das ist alles. Macht bedeutet Freiheit. Du wirst meine Macht mit eigenem Augen sehen. Meine Sache hat mich bei dir nicht immer gewöhnt. Uh, geschafft. Auch in die Jahre her. Gewalt, Frieden, Demut. Aber letztlich macht das nichts anderes als leeren Wachtrat. Und jetzt noch da oben. Okay. Es gibt nur einen Weg, um weiterzukommen. Durch eine weitere Feuerkammer. Ja, das ist natürlich wieder super. Oh. Ähm. Wie genau das... Oh, scheiße. Ich muss da so reinjumpen. Fuck. Fuck. Nein. Oh, Rabies. Ich hab dir die ganze Zeit überhaupt nicht zugehört. Weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war. Dankeschön. Fuck. Schnell, 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 schnell. Dankeschön. Okay. Alla. Okay. Ich durche mal erst. Du bist der Beste. Alla. Und nochmal. Tschüss. Nice. Wie lange geht denn das ganze Ding hier noch? Sind wir bald da? Äh? Wo? Aufzug. Das könnte gleich ein Boss-Kampf werden. Okay. Liebe Leute. Wir sind eh gerade genau an der Zeit. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht ein Dämmen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz viel Zeit da haben, dann wer sogar lang geht und geht die ganzen Episoden schon im Vorhinein. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Es gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.